Hallo liebe Freunde des Pokémon Sammelkartenspiel online und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part wo wir wieder in der Runde online spielen gegen einen random Gegner und Neustadt der Versus Leiter. Neu Versus Belohnungen sind da, aber so gibt es ein schönes. Lass mich das erstmal anschauen. Für 2010 Punkte bekommt man Emolga EX. Ich glaube das würde ich sogar haben wollen. Sonst noch was interessantes. Ganz am Ende bekommt man den geilen Heiko. Wunderschön. Moment da mir fällt gerade eine Sache ein. Bevor, bevor wir jetzt einen Online Kampf machen muss ich eine Sache. Ne shit muss ich nicht machen. Ne muss ich nicht machen. Muss ich nicht machen. Ich wollte gerade mein Fäust der Liebe Deck eine Karte ersetzen. Aber da ist mir aufgefallen, dass das Opening vermutlich noch gar nicht online war. Weil ich habe die jetzt vor dem aufgenommen. Deswegen lassen wir das mal. Nehme ich noch nicht alles vorweg. Okay. Keine Avatare wie es aussieht. Schön. Warum bin ich im Vorteil, wenn ich einen Kampfdeck habe und er pflanze. Da bin ich. Hallo. Und da ist der andere. Hallo. Tag. Wie geht es dir? Oh Gott. Nova sagt Ergebnis Minzwurfs voraus. Dann machst du gut Nova. Dann machst du gut. Ja. Du hast den Minzwurf verloren. Ich konnte nichts machen. Ich konnte doch verlieren. Ich konnte einfach dann sind keine Poké-Männer. Das ist relativ fair von den Pokémon Training-Karten, wenn man trotzdem was spielen kann. Bei Yu-Gi-Oh bekommst du dann einfach Arsch-Trippeln. Wenn du nichts hast, die sagen, dann ich war ein Problem, Arschloch. Dann denkst du dir, ah, uncool. Und dass ich mit Regirock X anfangen muss, ist auch relativ uncool. Okay. Oh Gott. Ich habe die Spiel übrigens, falls ihr es nicht wisst. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Sehr, sehr lange her und zischen wieder. Mein Gott. Wie lang ist das her? Ja. So. Baum-Pill. Dann sollte ich wegbekommen. Ah, wer war in der Münze? Mein Kopf schläft das verteidende Pokémon jetzt. Oh, okay, okay. Ist das schlechte Shyminix. Ich dachte, er hat das Gute. Gott, dieses andere fucking Shyminix. Das ist so eine Fuck-Karte. Die ist so wertvoll. Ich will sie haben. Ich bekomme sie nicht. So wertvoll. Du brauchst sie für jedes Competitive Deck mindestens einmal. Aber in der Regel eher dreimal. So, Fuck, da fällt mir ein. Ich habe bei meinem Regirock X, äh, bei meinem Deck hier habe ich noch keine Fluchtseil oder so reingepackt, was ich dringend mal machen wollte. So, dann deck nach einer Trainerkarte. Zeige sie einem Gegner, nimm sie auf die Hand. Das würde ich gerne machen. Und zwar hätte ich gerne, ähm, ehrlich gesagt, hätte ich die am liebsten. Bam. Die geile Koni. Ich meine die gute Koni. So, so geil ist sie nicht. Lass euch nichts vormachen. So, wir legen einfach die Kampfenergie an Regirock X und dann sagen wir, mein guter Nova 1, du bist dran. Überzeuge mich von deinem Skill und deinem Können. Du hast keine Energiekarten auf der Hand, oder? Ah, du Scheiße, ein paar Dekon. Tiefen Pokémon, das Gegner schläft jetzt. Das finde ich nicht. Ist jetzt vergiftet. Oh. Zum Glück haben wir die Pokémon Center Dame. In Full Art. Oh. Hallo. Ah, Shit. Ah, Shit. Ah, Shit. Jetzt kannst du deinen Bullshit-Eingriff machen, oder? Das ist auch noch eine Schwäche. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. So. Kann ich bitte, so, ähm, welches Pokémon hätte ich denn gerne? Wie gesagt, hätte ich gerne kaum Alad. So, und dann würde ich gerne, ähm, das kann ich nicht mitnehmen. Fuck. Ich würde gerne das hier mitnehmen. Dankeschön. So, es war wahrscheinlich nicht klar, dass ich mir kaum Alad geholt habe, aber egal, 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 egal. Nimm meinen Pokémon von der Hand, zeig es deinem Gegner und leg es auf dein Deck. Wenn du das machst, du dich so direkt nach einem Pokémon, zeig es deinem Gegner und nimm es auf die Hand. Äh, machen wir mal später. Ich spiele lieber den geilen Brief vom Prof Prof. Dann holen wir uns die geilen Kampfenergien. So, und er denkt jetzt noch, er ist im Vorteil, aber wir werden zurückschlagen. Nächste Runde. Einen Griff hast du noch. Und dann werde ich mich heilen. Und dann wird mein Angriff nicht ausreichen, um deinen Fuck-Fisch zu töten. Ich habe nur 130 Damage. Fuck. Das heißt, ey, ich muss jetzt, Gott, habe ich nicht irgendwas, womit ich... Ein Pokémon. Ah, shit, ich müsste... Oh Gott, das ist nicht gut. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Oh, oh, da ist die Rettung. Da ist die Rettung. Alles wird wieder gut, Leute. Alles wird wieder gut. Pokémon Center Dame, heile mich. Dankeschön. So, dann legen wir die drauf. Dann sollte ich auf 140 Schaden kommen, theoretisch. Das ist keine Resistenz gegen Boden. Nein. Okay. Außer Regirocke X. Fuck. Ist nicht gut. Außer Regirocke X ist Bullshit. Außer Regirocke X ist Bullshit. Ich würde gerne Conny aktivieren. Kann ich aber nicht. Das heißt, ich werde wohl sterben. Ich habe Scheiße gebaut, Leute. Ich habe ernsthafte, ernsthafte Scheiße gebaut. 120. Das ist zu wenig. Fuck. Fuck, 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 fuck. Aber er hat, wenn sein Pudox down ist, hat er auch ein Problem. Das ist das Gute. Ah. Ich hätte mir Schwester Joy zurückholen sollen. Dämmergift. Macht das genug Schaden? Nein. Ich bin da... Doch, mach das. Ach, du Scheiße. Okay, Leute. Ich will nichts sagen. Aber ich bin am Arsch. Ich bin komplett gefickt, könnte man sagen. Okay. Komplett. Nicht nur so ein bisschen, sondern komplett. Okay. Ich bin am Zug. Dann würde ich doch gerne... So. Du brauchst eine Energie, um anzugreifen. Sehr schön. Ich hätte gerne einen Knarzel. Dann hätte ich gerne... Ähm. Was hätte ich denn gerne? Das ist eine gute Frage. Hm. Gib mir das. Gib mir das Muskelband. So. Dann holen wir uns einen Knarzel. Hallo, Knarzel. Willkommst du das? Ah, dann bekommst du die Kampfenergie. Und dann werden wir einfach mal zuschlagen und schauen, was passiert. BÄM! Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Fuck, Knarzel hat eine Pflanzenschwäche. Ah, shit. Ah, shit. Aber... Aber, wie wir natürlich wissen, hat die Weiterentwicklung von Knarzel, Knackrack, ein Angriff, der ein absoluter X-Pokémon-Killer ist. Du verficktes Ariadus. Hör auf damit. Ernsthaft. Hör auf damit. Steinschild. Was macht das? Was macht Steinschild? Wenn das Pokémon an diese Karte eingelegt ist, ein Team das Pokémon ist und durch einen gegnerischen Angriff Schaden erhält, auch wenn dieses Pokémon eigentlich kampfunfähig wird. Wegen 6 Schadensmark auf das angreifende Pokémon. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht gut für mich. Uh, Rokara. Hallo, Rokara. So, dann machen wir das. Wir mischen Machomai ins Deck und holen uns dafür ein liebliches, liebliches, majestätisches Knackrack. Knackrack. Und Knackrack sollte eigentlich ausreichen. Und Schaimien... Ah, seine Resistenz. Es sollte reichen, es sollte reichen, es sollte reichen. Damit sollten wir Schaimien einfach direkt ausschalten können. Hat sich Vergiftung, wenn es weiterentwickelt wird? Hat sich die geheilt gerade? Das ist ziemlich geschmeidig. Und jetzt würde ich sagen... Abbeißen. Mh, ein köstliches Scheiby BX. Mh, da könnte ich ja drin baden. Oh, köstlich. Und wir sind nicht mehr verwirrt. Zwei Preiskarten für mich. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, und du wirst mich jetzt vergiften, oder? Okay, wir haben gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Wir, wir haben gewonnen. Yes, wir haben gewonnen. Er hat aufgegeben. Ja, ich finde es so eklig, dass sie einem echt nicht den letzten Eindruck immer gönnen. Sie geben einfach immer vorher auf. Das ist ein bisschen unschön. Aber hey, wir haben gewonnen. MVP des Spiels. Knackrack. Yes. Oder des Spielers. Wie auch immer. 25 Münzen. Ich denke... Feuchter Wahnsinns. Spaß war noch richtig scheiße. Da müsste ich noch eine Menge machen. Ich denke, wir wagen einfach mal noch eine geschmeidige Runde. Und schauen, gegen wen wir so kämpfen werden. Und hoffentlich können wir ihn mit unserem Deck wieder auf die Fresse hauen. Bro. Willst du mich verarschen, Bro? Das ist mir ein Style geklaut. Kopf. Äh. Was soll das? Äh. Nein, mein Gegner fängt an. Ich möchte nicht anfangen. Ich möchte als erstes angreifen können. Ja, shit. Warte bitte. Geht ab jetzt aktives Pokémon aus. Dann wähl mal aus. Bro. Ich werde hier so lange da sitzen und warten. Bro. Und einen Schnurrball betrachten. Hm. Er ist absolut majestätisch. Starter sind keine... Ja, wähle fertig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe schon mitbekommen, dass ich da kein Pokémon habe, das ich spielen kann. Hm. Ich denke, das ist eine ganz eindeutige Wahl. Das kann viel früher angreifen. Oh, jetzt sehe ich aus wie so ein ekliger EX-Pokémon-Trainer. Wahrscheinlich bin ich das auch. Sondern der sein Deck voll mit ekligen EX-Karten hat. Oh, ich fühle mich so eklig. Komm. Tier-Lio. Oh. Uh. 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 Er sieht übel aus. Trainer-Post. Was machen das? Ich höre, was für Karte deine Stacks an. Weil so eine Trainerkarte aus der Trainer-Post blablabla. Nimm sie dann auf die Hand. Kann er dich ja mal aktivieren. Hm. Und er aktiviert den guten Tier noch. Der Gegner mischt seine Hand zurück in... Okay. Ich konnte bisher noch nichts machen, aber das scheint mir fair zu sein. Platzballon. Was macht der? Wenn diese Karte deinem Pokémon eingelegt ist, lege sie am Ende des nächsten Zuges deines Gegners auf den Ablagestapel. Das Pokémon ist in diese Karte eigentlich, dass dein tiefes Pokémon ist und durch einen angegnischen Angriff... Also das gleiche wie das komische Steinschild aus dem letzten Duell könnte man sagen. So. Misch deine Handkarten in dein Deck. Finde ich eigentlich gut soweit. So wir machen das. Wir machen jetzt keine halben Sachen, okay? Keine halben Sachen für mich? Fuck. Egal. 4 neue Karten. Oh, sie sind so fresh, diese Karten. Greif an. Bumm. Au. Au. Vielleicht hätte ich warten sollen. Egal. Das war es wert. Wenn ich jetzt genug Druck ausübe, könnt ihr einfach so unter dem Druck zusammenbrechen. Oh, das wird ziemlich super. Er kann jetzt angreifen. Oh, fuck. Er hat Nidorino. Nidorina. Es kann nur Kratzer. ähm. Pum- und Center Dame. Okay. Das wird leider nicht reichen. Ich habe gewonnen, Leute. Wir haben gewonnen. Wir gönnen uns jetzt noch 3 Karten zu ziehen. Einfach aufs Prinzip. Dann legen wir die Karte drauf. Dann machen wir das. Dann mischen wir durch den Stack. Es gibt keinen Grund für das, was ich gerade mache. Es ist einfach nur... Es ist einfach nur ekliges Spiel, um zu zeigen, wie sehr ich ihn zerstört habe. Dann spielen wir den. Dann haben wir noch mehr Schaden. Dann greifen wir an mit dem Zellsturm. Mh. 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 Ein wohlverdienter Sieg. Es gibt nichts Besseres, wie ich finde. Es gibt nichts Besseres. Drei Pugge Points. Und... Wundervoll. Ähm. Das war ziemlich kurz. Wisst ihr was? Wir machen noch eins. Wir machen noch eins. Wie gehört es uns heute richtig? Und zwar gegen den geilen Motor Garden. Den Motor Garden. Und ich hoffe, ich habe diesmal am Anfang mal Pokémon auf der Hand. Das wäre nämlich ziemlich cool. Äh. Kopf. Es ist immer Kopf. Es ist immer Kopf. Äh. Tatsächlich will ich anfangen. Eigentlich ist es cleverer, wenn ich anfange. Denn ich kann im ersten Zug in der Regel eh nie angreifen. Ähm. Ganz klar, wir wählen... Ich wähle das hier. Und mein liebliches Regirock. Oh, wir können wieder mit so viel Schaden direkt anfangen. Das wird super. Hm. Ein Kyureme X. Da hat also jemand mal ein paar Punkte gesammelt und hat sich das da mit geholt. Dann erkenne ich doch sofort. Okara. Du bist natürlich immer gern gesehen. Und du bist ein Knack. Äh. Genau. Knackack quält uns dann noch. Ich habe Energie angelegt. Okay. Du bist dran mein Guter. Du bist dran. Fuck. Dieses fucking Kyureme gefällt mir gerade nicht. Das könnte ein Problem werden. Tiano. Was habt ihr eigentlich gegen Sharon? Warte. Tiano macht das gleiche. Warum habe ich eigentlich Sharon im Deck? Ich hasse Sharon. Sharon ist der schlimmste von allen. Warte. Warte. Das heißt. Auf wie viel Schaden würde ich mit Aufmöbler kommen? Gehe 2 base IG card von deiner Hand. Dann bin ich lieber an Pokémon Kleine Banker. Das ist cool. Neunzig. Äh. 1200. 130. 140. So oder so. Zu wenig. Das heißt. Wir machen jetzt einfach mal. Versuchen jetzt den Schaden den ich erleide zu minimieren. Ok. Wir holen uns das natürlich noch. Bam. Und das ist eigentlich perfekt für Rokara wie ich finde. So. Und dann machen wir mal. rollende Felsen. Um mich wenigstens ein bisschen zu schwächen. Die Sache ist nämlich, wenn ich jetzt mal Hardcore mit einem richtig starken Angriff durchprügeln würde, dann würde ich nicht gut ankommen. Dann würde er mir zu viel Schaden zuführen mit seinem fucking Wutanfall. Der auch so jetzt schon zu viel Schaden macht. Und Kollege. Kollege, Kollege, Kollege. Es hat Rückzugskosten von 1, das ist dir klar. Ist es tot? Dankeschön. Wundervoll. Gönne die Preiskarte. Alter, die Runde ist jetzt vorbei. Das heißt, ich bin dran und ich werde gewinnen. Das ist dir bewusst, oder? Okay, cool. So, wir spielen das. Dann spielen wir das. Und er denkt sich jetzt, oh shit. Oh shit. Oh yeah. Oh yeah. Ich habe keine Baselenergiekarte. Aber ich würde mal sagen, ich habe dieses Duell gewonnen. Oh. Oh, ich mag mein Kampf, Dick. Es ist, es ist, es ist wundervoll. Es gefällt mir wirklich gut. Möchte ich nochmal so in den Raum werfen. Ey. Ich habe ein Boosterpack bekommen. Für, für was auch immer. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Aber ich habe, achso, weil ich 30 Punkte, ne, da habe ich die Kiste bekommen. Ha. Okay. Öffnen wir die Kiste. Öffnen wir noch die Kiste. Was sollten wir sonst machen? Boosterpacks. Kiste. Öffne dich, du Kiste. Was bekommen wir? Energiezuweisung und 5 Münzen. Wow. Äh, Energiezugewinn. Wow. Die Karte habe ich ja erst 30 Mal. Äh, gut, liebe Leute. Ich würde sagen, warum leuchtet das auf? Produkt eingelöst. Okay. Was auch immer. Ich würde sagen, leider war es soweit das hier. Äh, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Wie vor jetzt? Ja. Wie vor jetzt? Ja.